Wann ist eigentlich Weihnachten? Man könnte es sich einfach machen und sagen, Heiligabend, 24. Dezember. Vielleicht ist aber Weihnachten auch wann ganz anders. Einer meiner theologischen Lehrer hat einmal gesagt, es geht nicht so sehr um die Jesuskindchenspielerei, sondern mehr um Kinderliebe im Namen Jesu. Dem verpflichtet ist das Lied, das ich jetzt spiele, wo immer. Wo immer ein Mensch den Stern sieht, Gottes Licht, Wo immer ein Mensch zur Krippe dann aufpricht, Wo immer ein Mensch das Lied hört, Gloria. Wo immer ein Mensch begreift, was dort geschah, Da wird Weihnacht, da fängt Neues wirklich an. Denn da zeigt Gott, wie Frieden werden kann. Da wird Weihnacht, da fängt Neues wirklich an. Denn da zeigt Gott, wie Frieden werden kann. Wo immer ein Mensch das Glück spürt, Gott im Kind. Wo immer ein Mensch dies lebt, wo Menschen sind. Wo immer ein Mensch im Stall schmeckt, Brot der Welt. Wo immer ein Mensch erlebt, wie Gott uns hält. Da wird Weihnacht, da fängt Neues wirklich an. Denn da zeigt Gott, wie Frieden werden kann. Da wird Weihnacht, da fängt Neues wirklich an. Denn da zeigt Gott, wie Frieden werden kann. Denn da zeigt Gott, wie Frieden werden kann. Denn da zeigt Gott, wie Frieden werden kann. Das ist ein Mensch, Happiness addiert. Aber das ist ja vermutlich Gott. Untertitelung des ZDF, 2020